Hey Leute, willkommen zurück zu einer Anfrage, Rock of Ages, mit Ricky mal wieder, hier ein kleines Battle. Was für ein Ding sollte ich denn hernehmen? Ich glaube, ich nehme den hier. Ich dachte, wir hätten die Map schon gespielt. Also, ich persönlich noch nicht. Ich habe sie auch in der Story noch nicht gespielt. Ja, vielleicht was in der Story. Was zum Fick ist es vom... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, Ricky, es hat mich erwischt! Tschüss! Aber ich komme! Was war das mit Hexe Baba Yaga? Äh, okay, es ist... Oh Gott! Oh nein, Ricky! Oh Gott, ein Fisch! Ich komme, ich sehe dich schon wieder! Okay, nee! Du Ficker! Nein, ich war hinter dir! Auf einmal sind von mir alle Dinge irgendwie so... Eis ist so ein bisschen gebrochen und irgendwie so... Oh ja, ich sterbe jetzt! Ja, das war ich! Ja, das war ich! Das Haus hier fickt mich auch ein Problem! Das Haus hier fickt mich auch ein Problem! Oh Gott! Oh Gott! Hey, der Scheiß ist... ...Pulle da! Hey! Hey! Hä, was ist da mal linken da ein Baum? Nein! Das Eis ist gebrochen! Ja! Ich hab gewonnen! Nice! Das Eis ist gebrochen! Das Eis ist gebrochen! Aber das ist... Es ist so wie es... Wie ist der Schrei, oder? Heißt das das... ...Gemälde? Das hier? Das Schemälde heißt anders... Ich glaub... ...nacht über... ...irgendwas oder so... Aber das ist von dem, oder? Es ist von... ...ähm... ...ja... ...von... ...das Eis ist Eis ist Eis ist Eis... ...das Eis ist Eis ist Eis... ...das Eis ist Eis... ...du Hund! Ich hab wieder gewonnen! Ja! Warum bricht denn das Eis zu in... Oh Gott! Nein! 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 Mann! Ich bin der Schessdinger abgelenkt worden! Ich hab dich schon gehört, du! Oh nie! Oh nie! Aber wie heißt er denn? Der, der sich das Ohr ab... Nein! Nicht Van Gogh! Doch! Van Gogh? Oder? Nein, ey! Van Gogh hat doch sich gezeichnet! Ohne der... So, da wo es ist... Wie... ...das ist einfach überhaupt keine Auswirkung auf dich... ...hat sich voll gegen dich rein... Nein, bei mir bist du knapp an mir vorbeifitten! Achso... Einfach beide Büffler an dir vorbei! Aha! Jetzt gewinnst du, jetzt gewinnst du... Nein! Warte ich google mal schnell! ok das war ein gutes match relativ schnell gegangen es wird schon gleich zur nächsten karte bis gleich doch das ist von von goch sternennacht du hast ihn sogar als charakter ausgewählt ja ich sehe das andere ohr nicht das weiß ich nicht so ist immer wieder zurück ich natürlich wieder den gleichen den donut ist es nicht holland nene sich holland er hat gesagt nächste map es ist wieder nach sein moment ich bin dann bei goldminein geblieben wo muss ich denn hin ok ich wollte ein bisschen abkürzen das ist die perverse ja die da wo ist es doch oh gott oh gott ricky ich fliege was ist denn hier auf der brücke eigentlich los ich nutze die kühe zu meinem vorteil ok wir sind weggefahren so eine scheiße hier so eine scheiße ich bin voll auf eine kopf gestrungen Oh Gott! Ah! Ciao! Tschüss! Oh Gott! Geh, 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 geh! Ah! Fuck! Untergefallen? Ja! Ah! Ich auch! Das ist ein Scheiß hier! Mann, das wird ne Nullrunde für mich! Merk's schon! Mann, diese Scheiß Kühe! Mann! Ich bin noch nie so weit gekommen! Ich war immer bei der Scheiß Brücke! So ein wunderschönes Spiel! Ich mag es sehr gern! Besser als Golfit! Jaja, bloß er dir gewinnst! Ich gewinn in fast jedem Spiel! Sagte er und bedachte das Auer bei Mofodai immer! Es ist echt so! Ja, wobei, wir haben schon lange nicht mehr gespielt und mein Krönchen habe ich immer noch! Ja, weil er aber letztens du nicht mitspielt hast! Stimmt! Könntest du die Runde gewinnen, ich wurde ziemlich aufgehalten! Was? Könntest du die Runde gewinnen, aber nein, ich zieh an dir vorbei! Oh Gott! Nein! Der Zaun ist nicht fest! Der Zaun ist nicht fest! War noch nicht fest! Ich bin schon oft so auf der Totedur! Aber ich habe auch so ein bisschen damit gespielt, dass du möglicherweise vielleicht die Kurve machst du nicht so an dir anrennen und dann ja! Jetzt habe ich... Au! Ich bin auch angehütet! Mann! Hat er die zweite Runde auch gewonnen! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Ganz easy 2 zu rollen! Ja, das ist alles aus! Und alles relativ... Das war relativ kurze Runde! Machen wir noch eine... Dritte Mech! Dritte Mech! Dritte Mech! Dritte Mech hinterher! Bis gleich! So, jetzt sind wir auf der nächsten Map! Wuhu! 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 Oh Gott! Kenne ich nicht! Ah! Oh Gott! Du hast jetzt gerade zu... Ich habe die Story noch nicht ganz so gespielt! Das heißt, ich kenne... Ich auch noch nicht! Auch nicht? Nee! Nein! Wo muss ich hin? Oh, die Panzer sind so verwirrt! Wo muss man denn hier hin? Da schon hin? Aber ich habe mich... Ich wusste schon, aber... Oh Gott! Was für Panzer sind die... Die Panzer sind so übel! Die machen deinen Stein hin! Das hier ist so kaputt! Nein! Nein! Das kann nicht sein, dass ich doch diese scheiß Stiere jetzt wieder verloren habe! Ganz easy! Ganz easy am Arsch hier! Ganz easy! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin doch schon wieder! What the fuck! Oh Gott! Ich sehe jetzt die Panzer schon! Hier sind die Panzer schon! Oh mein Gott! Hier ist überhaupt noch so ein Stier! Keine Ahnung was macht die! Was ist hier los? Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Die Häuser haben mich gebremst! Okay! Ich bin raus! Oh Gott! Das ist deine Arme! Oh Gott! Hey! Ich häng fest! Du rrrr! Nein! 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 Äh! Hallo! Hey! Hallo! Nein! Nein! Ich bin tot! Nein! Ich sah an einer Stelle! Ich glaub da konnte man gar nicht hin! Ah! Die Kurve! Oh! Ja! Ich auch! Danke! Wir haben mich gebremst! Hast du gesehen wie ich dem Büffel evaded bin ey? Und? Hast du deine Runde? Ja! Der scheiß Büffel da ey! Hat er nicht? Ja! Ich bin nicht! Du bist der Ausdruck und durch! Ich denk mal so einfach mal durch! Die Burg durch! Ah! Ich bin nicht! Ich hab dafür den 2 Panzer abgerufen! Ich hab dafür dein 2 Panzer wieder einstellt! Die fuhre! Ich hab dafür die 2 Panzer ausgestellt und dafür treff ich wieder dich! Und dann.. Hat sich die Sache schon geklärt! Oh Gott, nein, ich bin runtergefallen. Oder auch nicht. Mann, dieser scheiß Stier da, der nervt. Ach, komm. Okay, das dürfte meine Runde sein. Ich bin nämlich schon relativ weit hier. Die kommen, die muss ich mir merken für ein Battle. Leck mich am Arsch, ist die OP. Was denn? Der hat quasi... Nein, nicht schon wieder. Und wenn ich der Stier erwischt, bist du also fest. Und dann geht es langsam weg und irgendwann schießen dann die scheiß Ballisten auf dich und du wirst runtergeschmissen. So, jetzt ist meine zweite Runde war schon. Mann. Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich gerade bin. Ich bin hier festgesteckt. Ah, ich bin runtergefallen. Fuck. Oh, Bremse. Bremsen. Oh. Ich schmeiße mir eh gleich ins Bett wieder runter. Das ist schon mal. Oh, Gott. Boom. Ja. So, letztes. Also, ihr schützt 2-2. Mal schauen. Oh, Gott. Nein. Bist du runter? Schon wieder. Ding dir. Wegen mir? Ja. Na, ich bin auch runter. Dann die Katapulte da. Am Arsch. Danke, Stein. Alter, das ist ein Camping-Spot, ey. Oh, danke. Danke, 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 danke. Nein. Nein. Komm, 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 komm. Stein. Oh, Gott. Der Büffel. Nein. Ja. Was soll der Bullshit? Ja. So bin ich nicht jetzt runtergefallen. Oh. Ihr Sieg. Magamus. Du warst bei mir gar nicht da. Hä? Wie? Irgendwann bin ich jetzt mit auf der Strecke runtergefallen. Das war es mit Rock of Ages 2, wenn es dir gefallen hat. Abonnieren, kommentieren, posten, spielten nicht vergessen. Schaut wieder an den Projekten vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.